Achtung an alle Goalies da draußen. Bist du der Einser, der Handschuh, der Goalie? Brauchst aber ein bisschen Feinabstimmung bzw. Koordination und zusätzliches Tormantraining, wo dir dein gewisser Feinschliff gegeben wird, dann bist du hier genau richtig. Hier wirst du zum Allrounder-Goalie, wie wir heute sagen, Mitspieler-Goalie, moderner Fußball. Also ihr Goalies da draußen, wenn ihr Hilfe braucht, meldet euch beim Fußballlabor. Der Link ist in der Bio.